Ich hatte nicht einen Augenblick Angst vor dem Hai. Ich hatte nur den einen Wunsch, ich hatte eine Kamera und ich wollte das fotografieren. So bin ich auf diesen Hai zugeschwommen und er kam ruhig und langsam in meine Richtung und ich schwamm weiter auf ihn zu. Und dann kam das Erstaunliche, plötzlich ging ein Ruck durch diesen Körper und der Hai drehte am Ort um und schwamm so schnell er konnte davon. Wir sind ja 58 Jahre schon verheiratet, das ist nicht wenig. Heute wird das sicher schon selten. Einen Partner zu haben, vor allem auf Expedition, eine Frau als Partner zu haben, ist natürlich sehr wichtig. Und sie war sicher die Voraussetzung für meinen großen Erfolg. So meine Damen und Herren, die Platin Romy geht an die Helden der Unterwasser hält. Lotte und Hans Haas. Ich wünschte, sie würden jetzt auf die Bühne kommen, aber sie mussten leider absagen und sie werden leider nicht hier sein. Und ich finde das selber sehr schade. Aber sie haben uns ein Video hinterlassen, auf dem sie sich bedanken wollen. Ich freue mich, den zwei lebenden Legenden, Unterwasserfilmpionieren und Wissenschaftlern, Verhaltensforschern Lotte und Hans Haas, die Platin Romy für ihr Lebenswerk übergeben zu können. Bitteschön, Lotte Haas, Hans Haas. Wir freuen uns sehr und in diesem Sinne erinnern wir uns auf die Widerspruch Erlebnis. Musik 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 Applaus Als beste Produzentin wird Dr. Alice Brauner CCC Filmkunst für ihren Kinofilm Wunderkinder ausgezeichnet.